Die bringen das immer ins Lager. Ach, das dauert nur. Ach Gott, ich bin immer so aufgeregt. Juhu! Du sagst also, dass Jühner züchten möchtest? Ja, nein, ich will Schweine haben. Deine Oma hat das auch immer gesagt. Dass ich Schweine haben will? Okay. Dass sie weniger Ansprüche sind, als Kühe anspruchsvoll sind wie Kühe. Aber ich, der mit Westernstreifen aufgewachsen bin, war in dieser Hinsicht hartnäckig und bestand auf Kühe. Naja, klar. Das hat mich ein wenig gekostet. Vielleicht sollte man im Alter doch ein wenig schlauer sein. Ja, Finn, lies. Auch wenn du nicht lesen kannst, glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob du schon lesen kannst. Aber Finn, im Alter wirst du kluger sein. Also räum dein Zimmer auf. Letztendlich ist das so eine Farbe. Okay. Ich will aber Schweine. Oh, das ist cool. Das ist cool. Dass man das da sieht. Züchte Kühe. Ähm, äh, äh, könnt ihr mal euch lieb haben? Äh, wie kann man die züchten? Ist das hier Männchen, Weibchen? Weibchen, Männchen? Hm. Kann ich einen Bullen kaufen? Oh. Habe ich hier echt eine Kuh gekauft? Leute. Halt mir so schnell. Ich bin aber nicht so weit. Ähm. Zucht am Haus. Äh, ein kleiner Hühnerstall. Okay. Jetzt such mir einen kleinen Hühnerstall. Dazu den Tieren. Was ist das hier? Ein kleiner Stall. Das ist doch für... Nein, da. Oh, Hühne sind immer voll nervig. Oh, Halt, Halt, Halt. Da kommt eine Kuh. Mach weg. Die Kühe kommen. Juhu. Yeah. Ey, das sieht aus wie ein Bulle, oder? Nee. Das war nur eine dumme Kuh. Okay, sehr schön. Also, jetzt haben wir es gesehen. Die Kuh kam an. Ähm. Äh. Äh, Hühner sind sehr nervig. Finde ich. Persönlich. Wir müssen die aber irgendwie effektiver einsetzen, eigentlich. Wenn ich das mit... Warte mal, mit R kann ich drehen. Dank Marvin. Ah, hier hätte ich gern die Felder alle. Ich glaube, dann müsste ich das Gebäude aber noch umsetzen. So, warte. Ähm. Ähm. Wie in Eko. Warte. Baum fällt. Okay. Fällt irgendwo in den Pick-up? Keine Ahnung, was kann man essen? Kurz, Afka. Grasbein ist doch das Rasenze, oder? Ja. Oma wollte immer ein richtiges Schwein haben. Wow. Und dann kamen die Enkelkinder auf die Welt. Wohlen brauchst du nicht. Du kannst einen Besamer schicken von Zeit zu Zeit zur Vermehrung. Ah. Okay, ich hätte gern einen Besamer für die Tiere. Einen Besamer für die Tiere. Erlaubte Nahrung. Ich hätte gern einen Besamer für die Tiere. Ja, aber guck mal, ich kann die doch einfach kaufen und dann sagen... Uhu, hier. So. Jetzt haben wir sechs Kühe. Habe ich die Wette jetzt gewonnen? Ich habe sie gezüchtet. Wie kriege ich denn einen Besamer an die Kühe ran? Äh. Ein kleines Silo müssen wir noch bauen. Ein kleines Silo. Warte. Wo ist das gewesen? Hier. Oder sonstiges vielleicht? Äh. Nein. Oder hier? Ja. Ach Gott, das ist ja süß. Ja, aber das Silo packe ich dann hier vorne hin. Warte. Ich muss das alles noch mit Wegen verbinden. Das ist aber süß. Aber ich könnte mir eigentlich mehrere Silos hinstellen, oder? Ich stelle den hier hin. Warte. So. 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 Jo. Und dann kann ich hier nämlich noch den, ähm... Den Weg. So. Plup, plup. Äh. Ich sehe nichts. Und hier. Und hier. Dann haben die keine Ausrede. Och, ich muss so langsam laufen. Weil... Und so. Ich da nicht hinkomme. Okay. Hier haben wir es auch gemacht. Guck mal, die laufen mal schön auf der Straße. Oh, da kommen unsere Kühe an. Leute. Unsere Mukus. Mukus. Plup, plup. Und plup. Sehr cool. Jetzt haben wir Kühe. Aber es ist falsch gewesen. Ist mir klar. Der Camp kommt random, wenn die Kühe willig sind. Ah. Insel. Minina. Heiße. Okay. Ostakajung. Hallöchen. Mukus. Eine. Eine mehr. Eine. Dritte. Ähm. Ich finde, die brauchen ganz schön lange, um Sachen zu bauen. Ich spüre mal ein bisschen vor. In der Hoffnung, da kommen sie schon. Yay. Silo haben wir auch fertig. Gut. Dieser Hühnerschall sieht gar nicht mal so schlecht aus. So musst du einen der Mitarbeiter als Betreuer anstellen. Am besten einer, der weiß, wie man mit Eiern umgeht. Also, ja. Dann wäre ich ja dafür, dass, äh... Ja, diese Sherry. Gänze ich ja damit aus. Sherry? Sherry? Hier. Sherry. Sherry. Alter, bist du teuer. Wären die immer teurer? Kann das sein? Die kostet fast tausend... Tausend irgendwas. Hier, Sherry. Geh zu den Eiern. Ich weiß gar nicht, wie man sich... Ich fühle das Spiel mit Muttern auch gut. Sieht aber gut aus, Koffi, das Spiel. Ja, finde ich auch. Vor allem, du kannst auch wirklich richtig gut ranzoomen. Hier wird wahrscheinlich gleich ein Mini-Golfplatz entstehen oder so. Ähm, das ist wirklich... Das gefällt mir. Also... Ja. Kann ich hier noch, ähm... Ich sollte irgendwas reparieren, wa? Repariere erstes Haus des Inhabers. Okay. So. Vor allem, das ist ja nur der Anfang. Ohne Scheiß, das ist ja nur der Anfang. Das kannst du, glaube ich, so krass ausweiten. Und wir haben so viel Platz und so viel haben wir erst in Anspruch genommen. Okay, wir haben 34 Mal Mist dazu bekommen. Gut. Ich kann gerade nicht ranzoomen, genau. Du, nun musst du im Hühnerstall noch die Zuchtart einstellen. Die Zuchtart bei Hühnern. Und mindestens vier Hühner kaufen, damit der überhaupt Sinn macht. Jo, wir kaufen. Eins, zwei, drei, vier. Und eine Zuchtart. Wie kann ich denn eine Zuchtart bestimmen? Habe ich die erst gekauft? Ah, da sind sie halt. Halt, 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 halt. Okay. Wow, zurück. Wo sind unsere Hühner? Kann ich die sehen? Ja, oh nein. Da, kleine Hühnchen. Kleine, leckere Hühner. Da gucken sie jetzt rum. Das habe ich komplett vergessen. In unserem Lager haben wir nicht zu und wie viel Hühner füttern können. Du müsst ihnen schnell etwas zu essen kaufen, dann ansonsten sterben sie vor Hunger. Die sind doch gerade erst frisch angekommen, die müssen noch gefüttert sein. Die Lieferung Korn wird auch ein wenig dauern. Im Hühnerstall findet sich eine Liste mit ihnen Nahrung. Kaufen mindestens 100 Mal Sonnenblumenkerne und 100 Lupinenkern. Ah, ja. Deswegen sich... Okay. Also, Lupine kaufen. Äh, im Markt wahrscheinlich. Hier. 100. Alter, ist das teuer. Wir haben nur noch 37.000. Wow. Und Sonnenblumen. Wo sind die Sonnenblumen? Äh, die sind billiger. Okay. Ich glaube, man muss auch auf den Marktpreis achten. Das ist schon ein Spaß. Das ist schon nicht ganz ohne. Ah, so ein leckerer Boiler. Mmh. Äh, ich habe die doch gekauft. Ach so, die... Ah, ich habe die doch gekauft. Oh. Ich habe nur 1.000 gekauft, oder? Also, 1.000 Kilo habe ich, glaube ich, nur gekauft, oder? Ist das dann im Lager drin oder wo ist das? Habe ich doch 10.000. Hä? Habe ich. Ach so, und diese dauern aber noch. Kaufe. Ja. Zwischte 6 Kühe, das geht gerade nicht. Ich muss wirklich abwarten einfach, wa? Ich glaube, da kommt die Lieferung. Okay, hier haben wir schon mal... Oh, guck mal, wie viel. Oh, super. Wo bringt denn der das dann hin? Bringt der das hier mit rein? Ja, überfahr mal ihn. Wo hat er das jetzt hin? Bringt er das in das kleine Mini-Silo? Da kommst du nicht ran, wa? Oder? Hey, hier. Wird geliefert. Ah. Ich verstehe. Jetzt haben wir es... Okay, habe ich gemacht? Oder habe ich das falsch geholt? Lupinen-Kerne? Ah, ich habe das falsch gekauft, oder? Habe ich das falsch gekauft? Habe ich das falsch gekauft? Nee, es gibt, glaube ich, nur Lupinen-Kerne, oder? Ja. Nein. Da. Oh, ich habe das falsch gekauft. Ja. Okay. Oh, Mann. Es sagt auch keiner von euch das. Ihr seid böse. Wie doch, ihr mögt mich. Aber den Scheiß haben bestimmt viele gemacht. Ich glaube, es war ganz toll tones. Bis bald. Und wenn wir nicht mehr Molly-Kerne yarden machen. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.